irgendwie alles komisch und damit meine ich nicht dass ich gestern kein update bringen konnte terminlich bedingt und auch heute irgendwie etwas eigenartig früh unterwegs bin trotz alledem habe ich mir gedacht wir müssen unbedingt uns das mal angucken der heutige tag alleine schon ist ja schon spannung genug denn es geht ordentlich nach unten der dax aktuell noch mal heftig runtergekommen es ist nicht ganz so überraschend wenn wir schon nicht nach oben irgendwas triggern ja dann bleibt wohl nur der ausweg nach unten aber druck aus amerika wird sicherlich auch einen ordentlichen beitrag geleistet haben das gucken wir uns aber gleich an bleiben erst mal beim dax ja es gibt beim dax im moment nichts was aussieht irgendwie in richtung der long seite das ist etwas was viele sagen wir mal missverstehen wenn dann der kurs doch noch dreht ja weil es doch gestiegen ja aber es sieht halt nicht danach aus ich könnte jetzt raten dass der kurs dreht gibt es da jetzt gute argumente bestimmt wenn ich hier irgendwelche linien noch ein zeichne ich muss sagen ich finde das ziemlich deutlich nach unten und selbst wenn jetzt ich weiß nicht es gibt ja einige die dann so freunde sind solche einschätzungen mal zu machen naja streng genommen sind wir auch schon so halbwegs durch ja es gibt immer wieder irgendwo gründe zu drehen das finde ich auch in ordnung wenn man da drauf guckt also versteht mich nicht falsch ich finde das absolut okay dass man jede chance für ein dreh nutzt und jetzt wichtig nicht um zu handeln sondern um genau drauf zu gucken denn was uns nie entnommen oder weggenommen wird ist die pflicht als händler zu gucken ob der markt es auch wirklich macht ob er es will wir sollen keine vorausahnung haben als händler wir sollen nicht vorausschätzen ich bin ganz sicher da passiert jetzt das wir werden nicht für prophezeiungen bezahlt sondern wir werden für die richtige anwendung auf die jeweils aktuelle situation sozusagen als händler dafür belohnt so wie sieht es jetzt hier aus also das ist jetzt aus meiner sicht eine sehr schwache unterstützung eine mögliche aber eine sehr schwache unterstützung da würde ich mich jetzt nicht zu sehr drauf versteifen was ich wirklich bräuchte um mich wieder auf die long seite zu bringen ist das alte lied ihr kennt das ganze ist irgendwie sowas und dann sowas das haben wir hier nun überhaupt nicht gar nicht null nada also insofern null ansatz jetzt hier auf die long seite jetzt schon zu zielen aber wenn ihr natürlich im laufe des nachmittags was jetzt mit diesem video ein bisschen zu früh ist aber im laufe des nachmittags vielleicht doch noch so eine bewegung bekommt ja dann ist vorläufig erst mal long noch denkbar das gesamtbild sieht allerdings überhaupt nicht nach long aus ich muss ganz ehrlich sagen ich bin ziemlich sicher weiß ich nicht ob ich das so sagen soll aber ich halte es für recht typisch das klingt doch schon gleich viel besser ich halte es für sehr typisch dass der markt diese marke hier nochmal kontestiert also das heißt dass er hier noch mal versucht ein bisschen zu prüfen wollen wir wirklich weiter runter gehen wir also hier durch wie durch butter oder prallen wir da tatsächlich ab also auch hier das ist kein einstiegskurs bitte nicht dazu leichtgläubig sein und sagen da hatten wir schon mal eine unterstützung da dreht der kurs ich kann euch dutzende wenn ich tausende beispiele zeigen wo das überhaupt nicht funktioniert hat aber ihr könnt natürlich an der stelle genau hingucken ja was soll mir da sehen da sollt ihr dann sehen ob der markt sowas hier macht oder ob der markt nur wenn er überhaupt nach oben geht sehr wackelig also korrektiv hoch geht dann hat man die beste voraussetzung dass das definitiv nicht halten wird also ihr seht es ist wichtig dass wir da drauf gucken und nach genau diesen zeichen suchen wer jetzt sagt ach ich versuche das schon mal kann man machen es wäre dann ein günstiger einstieg würde allerdings auch bedeuten dass es wenn es nicht gut geht und das ist eben sehr häufig dann er einer von vielen weiteren negativen trades wird weil die statistik dafür nicht so super ist dass der kurs jetzt automatisch da dreht ein versuch ist es wert für all diejenigen die pyramidisieren wäre das vielleicht ein versuch wert meine art und weise zu handeln ist es allerdings nicht insofern ist das schon wieder zu relativieren ein versuch ist es wert das klingt mir zu sehr nach lotto schein trade ja komm ich hau mal hier geld in den markt wenn er schon dreht super dann habe ich einen riesen gewinn das ist nicht die art und weise wie ich es gerne mache aber das muss natürlich jeder für sich selber herausfinden quintessenz beim deutschen markt beim dax hier die nächste große unterstützung ist nahe bitte geht nicht zwangsweise davon aus dass der kurs dreht geht bitte davor davon aus dass das lohnenswerter blick ist dort genau hinzugucken ob es eben wackelig hochkommt korrektiv ob die markteilnehmer also gar nicht die große kraft aufbringen wollen oder können oder ob der kurs da sowieso direkt durchfällt also insofern nicht das als blinden einstieg finde ich nicht gut sagen wir mal so ihr straft mich nachher lügen wenn der kurs abgeprallt ist siehst du rüdiger hätte man doch machen können ja aber es ist aus meiner sicht so ähnlich clever wie mit 200 in die nebelbank nachher siehst du hat doch geklappt irgendwie klingt das nicht nach einer gesunden vorgehensweise und so sehe ich das hier zumindest mal beim dax also das hier ist noch nur mit fragezeichen versehen das ist möglich aber ich würde davon jetzt nicht ausgehen ich würde aber zwingend davon ausgehen wenn wir starken anstieg kriegen abc oder wackelig runter das sind sinnvolle einstiege über die man dann ernsthaft nachdenken kann hier dann quasi zumindest ein teilstück long mitzunehmen und wenn wir dann glück haben läuft es ja sogar weiter da kann man dann gewinne mitnehmen oder auch laufen lassen ich bin ja häufig ein gewinn mitnehmer aber das muss da nicht unbedingt so sein ihr könnt natürlich auch sagen ich schließe nur die hälfte mit gewinn und wenn er weiter läuft freue ich mich über noch mehr gewinnen und wenn er dann umdreht ist egal weil ich habe schon ein bisschen gewinnen gemacht an der geschichte ja das sind durchaus typische und sinnvolle vorgehensweisen aus meiner sicht kriegen wir hier allerdings eher was wackeliges nach oben dann ist das ein klares zeichen ach komm das war es hier noch mal es geht noch mal weiter nach unten das ist allerdings nicht immer so deshalb ist das mit dem trigger so wichtig ihr seht dass wir auch hier ja eine wackelige aufwärtsbewegung auch hier dreiwellig das ist niedriger als der ist höher hier dreiwellig nach oben also folgerichtig runter ja aber wie sah es hier aus das jetzt für die fortgeschrittenen unter euch theoretisch ist das wohl die erste bewegung das ist eine a b c und anschließend ist es weiter runter gegangen und wenn ihr jetzt sagt das hätte ich nie gesehen ja ich auch nicht das ist etwas das sieht man gut im nachhinein das ist um die situation im nachhinein einordnen zu können das ist eine situation nicht wo ich sage ja wenn ich das sehe dann ist das ein super trade nee seitwärts korrekturen sind dafür nicht so gut geeignet weil die trigger hier unten wären trigger dafür aus meiner sicht nicht lukrativ liegen ja also man hätte hier durchaus short gehen können das wäre dieser logik entsprechend aber dieser trade ist nicht lukrativ ja wieso wäre doch gut gewesen ja das weiß ich jetzt im nachhinein im vorhinein ist das potenzial aber bei dieser art des tradens nicht gut genug ihr seht es geht beim traden viel weniger um die vorhersage was als nächstes passiert sondern um die gestaltung was mache ich denn hier wenn ich irgendeine meinung habe also meine idee die ich jetzt hier habe ist dass das hier die erste das wahrscheinlich die zweite welle ist das heißt wir sind jetzt in der dritten welle ich würde mich nicht wundern wenn irgendwann noch mal eine korrektur nach oben kommt als vierte welle und dann die trendrichtung noch mal fortgesetzt wird wundern wird es mich nicht es ist jetzt keine ansage es wird genauso kommen aber sowas wäre eigentlich ganz passend und dann hätten wir ja auch beste in bester manier sozusagen hier diese untere unterstützungslinie angegriffen und hätten die nächste frage vor uns für die gamer unter uns das nächste quest drauf zu gucken ist das korrektiv oder ist das impulsiv um dann eben los zu schlagen hier in die entsprechende richtung also ungefähr so ist meine erwartungshaltung aber ich bin der erste der meine erwartungshaltung über den haufen wirft wenn der markt statt dieses musters was ich jetzt hier mache im laufe machen wir das mal hier noch unten rein im laufe des tages vielleicht sogar sowas hier in der richtung veranstaltet so wir wissen dass der deutsche markt natürlich nicht ohne den amerikanischen kann deshalb gucken wir mal drauf und hier sieht es jetzt tatsächlich düster aus das ist nichts neues diese tiefmarke das haben wir letztens schon besprochen dass wir da durch sind insofern ist das bullische bild eh doof ich hatte euch gesagt wie wichtig das ist also das wäre ja in ordnung für mich für ein bullisches bild das muss aber erstmal irgendwie andeuten und ihr seht nur noch mal um dieses klar zu machen ich will das ich wiederhole das so häufig es tut mir so leid für die die jetzt sagen ja wir haben es verstanden aber es ist mir wichtig dass ihr nachvollzieht dass ihr erkennen könnt was ist denn die starke richtung oder die dann haben wir wieder eine bewegung von hier nach hier und dann haben wir eine bewegung von hier nach da vergleicht mal welche findet ihr stärker welche findet ihr eher insbesondere symmetrisch oder anders korrektiv ja dann seht ihr dass auch diese gesamtbewegung wenn man sie so auf das sind alles noch korrektiv bewegung korrektiv bewegung ist typischerweise gegen den trend also das ist sowas von in trend richtung das ist sowas von in trend richtung hier fängt ja so ein bisschen an rumzuzuppeln wenn man genau hinguckt hat man irgendwie den eindruck guck mal hier viele kurse überschneidung da oben zumindest mal vielleicht wird er tatsächlich etwas müde in der abwärts richtung das könnte ja durchaus sein dass wir jetzt mal wieder eine etwas größere korrektur kriegen das müssen wir dann nochmal abwarten aber sowas wäre gar nicht so unschön dass wir dann mal sehen wenn es korrektiv hoch geht ja weiter nach unten was nützt es denn nur wenn wir wirklich sowas hier bekommen das kann natürlich auch auf einer kleineren ebene das muss jetzt nicht viele tage so hoch gehen das kann es natürlich auch auf kleiner ebene geben im minutenschart wenn ihr das wollt wenn ihr sowas seht ja dann sind das long szenarien wenn er das macht aber das muss er halt auch tun macht er halt hier nicht ja dann muss ich auch nicht auf die long seite wechseln auch wenn mir das vielleicht wehtut und ich sage long wäre doch viel schöner was nützt es wenn ich hetze täzte werste ich muss doch das machen was die markteilnehmer machen und die markteilnehmer auch beim s&p schwupp runter das ist entweder hier drei wellig oder ihr nehmt das insgesamt als eine bewegung wobei streng genommen würde ich das gar nicht machen weil der etwas tiefer ist als der also eigentlich ist mir der hier schon fast lieber aber selbst der hier ist drei wellig also irgendwie habe ich nicht den eindruck dass der markt echte stärke im moment hat er baut vielleicht stärke also aufwärtsideen hat er baut allerdings stärke nach unten langsam ab ihr seht schon hier waren lange laufwege korrektur lange laufwege korrektur die laufwege werden irgendwie immer kürzer und immer weniger impulsiv also dass diese abwärtsbewegung langsam mal einschläft würde mich nicht wundern was allerdings kein zwingender long trade im großen bild zumindest mal ist sondern was aus meiner sicht wenn es korrektiv hier nach oben geht einfach das türchen nach unten nochmal weiter aufmacht deshalb ist auch hier natürlich wichtig wie beim deutschen dax hatte ich fast gesagt beim deutschen markt dass der kurs hier kontrolliert wird ob er das korrektiv oder wackelig tut für intra der händler ist das natürlich trotzdem eine chance wenn sowas passiert dann vielleicht mal zwischenzeitlichen long zu machen nicht gleich mit begeisterung viele hundert punkte hoch oder tausende von punkten bei den großen indizes also höher punktigen indizes aber das würde zumindest vorläufig da mal etwas druck wegnehmen das sehe ich ja nicht im gegenteil jetzt hat auch noch der s&p 500 diese letzte marke die alten stop können wir raus machen hier die alte marke die die marke hier rausgenommen wo wir gesagt haben überlappung wollen wir nicht ja super wollen wir nicht heißt ja nicht dass das nicht passiert jetzt hat das gemacht und damit ist das bullische bild weg ich hatte am wochenende noch oder irgendwann die tage hatte ich ein video gemacht ist der rücksetzer da oben schon kritisch oder nicht da war er noch nicht kritisch denn wenn das hier passiert wäre wäre noch alles in ordnung aber das ist nicht gut ist genau das was wir nicht haben wollen wenn das ein super bullischer markt sein soll also tatsächlich ist das bild im moment nicht besonders klasse im gegenteil das bild sieht eher danach aus wenn wir wackelig hier hoch kommen vielleicht sogar so ähnlich wie hier so ein bisschen größenvergleich ist immer gut und dann darunter sind wir sogar fünffällig runter wenn es dann noch abc hoch geht dann geht es dann noch ordentlich weiter ich weiß so diese art der analyse ist ziemlich unbefriedigend weil man sagt mensch hier rüdiger sagt uns sollen wir schon wieder kaufen nee warum soll ich sagen kauf es gibt doch null grund hier zu kaufen ja sollen wir jetzt shorten wer jetzt nicht schon short ist aufgrund irgendwie so einer korrektivbewegung der wartet zumindest auf die nächste korrektur so dieser art nicht einfach hier am tiefsten punkt verkaufen das ist nicht so gut zur risikoabsicherung schon aber das ist ein anderes thema das müssen wir vielleicht mal extra angehen in born for trading gucken wir das ja sowieso dauernd mit an aber hier jetzt in diesem video ist das jetzt eigentlich fehl am platz aber über die ausstiege zu reden aber die chance nach unten ist weiterhin da aber einstiegskurse sind das für die short seite aus meiner sicht nicht ich brauche eine vergünstigung und noch einen zusätzlichen hinweis da geht noch ein bisschen mehr nicht dass das sich tot läuft ich bin dann da unten rein und dann macht er erstmal pause und ich sehe dass der kurs hier 100 oder 200 punkte in die falsche richtung läuft unsexy den nasdaq müssen wir eigentlich nicht großartig erklären das ist ziemlich genau das gleiche bild schaut euch das hier an auch hier lässt der druck nach unten nach meine hoffnung dass vielleicht jetzt heute noch mal so ein bisschen die gegenbewegung angeht die kann vielleicht sogar über das wochen oder bis zum wochenende noch laufen das werden wir dann sehen morgen gibt es wieder normales nachmittags update das ist nicht sehr untypisch da kann ich mir vorstellen dass das in den nächsten vielen stunden noch mal ordentlich nach oben geht das denke ich ist schon sehr realistisch aber eben die frage schafft er das nur wackelig wie er es hier geschafft hat oder schafft das auf eine impulsiven art und weise das werden wir dann tatsächlich sehen na gut also so seht ihr was die einschätzung von meiner seite ist heute ich hoffe dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt lasst euch nicht einlullen vom markt lasst euch das zeigen wenn ihr irgendwie eine meinung dazu habt ja also aus meiner sicht ist das ein nicht so schlechter hinweis es ist die wichtigste aufgabe aus meiner sicht als händler nicht irgendwie was voraus zu ahnen voraus zu sehen wahrsager jobs zu betreiben sondern zu gucken welche indizien sind für was da und im moment gibt es für mich keine long indizien das kann sich in den nächsten stunden ändern worauf ihr dabei achten müsst habe ich euch gezeigt in diesem sinne erstmal euch alles gute liebe grüße und bis morgen heute bin ich ein bisschen früher dran weil ich gleich auf reisen bin deshalb morgen geht es dann weiter weiter